Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Kettle & Crops hier auf meinem Kanal. Im letzten Livestream hatte ich ja das Feld 47 gesät und dann wollte ich eigentlich die 48 noch sehen, das war aber dann so, dass das schon bestellt war mit Gras, habe ich dann dementsprechend auch gelassen. Bin aber nochmal zur Biogasanlage und habe hier festgestellt, dass hier unheimlich viel Gärreste sind. Also hier sind vorher noch 1,9 Millionen und so quetschte drin gewesen. Dann haben wir hier noch Gras, das sind 75.000 Liter und dann haben wir hier noch 333.000 Liter. Und da entschied ich mich dann daraufhin, einen Helfer einzustellen, der jetzt hier jeden Tag den Beschickungscontainer hier voll macht, sodass wir über die Biogasanlage ein wenig Geld verdienen können und hoffentlich das Geld, was der Helfer kostet, wieder reinbekommen. Wenigstens das. Und die Silos werden dann dementsprechend halt auch mal benutzt. Dann habe ich mir überlegt, da ja die Felder jetzt weitestgehend abgearbeitet bzw. bearbeitet sind, wie ich weitermachen könnte. Und das wird einfach darauf hinauslaufen, dass ich denselben Helfer jetzt noch einteile, um hier jeden, ich sag mal, jeden dritten Tag die Bullen zu füttern. Und dann machen wir mal einen Zeitsprung um 30 Tage und dann schauen wir mal, wie sich das hier alles entwickelt hat. Bevor wir das jetzt machen, schauen wir uns nochmal das Tiermenü an in unserem Bestand. Gehen wir einfach mal auf das Gewicht. Das sortieren wir. Haben wir hier den Stift und Zettel. Wartet kurz. Wir machen das so. Ich habe einen Zettel und irgendwo liegt hier ein Stift. Wir schreiben uns einfach den Siegbert mit 265 Kilogramm als leichtesten auf. Und der Jürgen, das ist der, den ich jetzt schon ewig habe, der wird einfach da bleiben. Deswegen nehmen wir mal den Rico mit 483 Kilo und schauen, wie sich das dann über die 30 Tage entwickelt, wenn der Helfer, wie gesagt, die Bullen füttert. Jetzt schauen wir nochmal in unsere Aufgabe, weil die eine gewisse Uhrzeit ja hat. Die ist immer 15.10 Uhr, soll der die Biogasanlage befüllen. Jetzt soll aber derselbe Helfer die Fütterung noch übernehmen. Und da würde ich sagen, machen wir das einfach früh am Morgen. Und das kann der, ja gut, mit dem Arion erledigen. Jetzt muss ich selber erstmal kurz schauen. War das ein Kugelkopf? Nee, Quatsch. Oh, jetzt sehe ich, dass ich gar keinen Futter-Mischwagen mehr habe. Was ist denn da los? Das überrascht mich jetzt mittelschwer. Warum habe ich keinen Futter-Mischwagen mehr? Was ist denn da los? Jetzt hoffe ich natürlich, dass dieser Wagen nicht so viel kostet. Tolle Wurst. Wir haben noch 34.000 auf dem Konto. Und 30.000 kostet der Apparat. Aber den brauchen wir ja. Dass ich gar keinen im Bestand habe, das wundert mich jetzt gerade. Ich weiß gar nicht, wann ich den verkauft habe. Aber es wird schon Grund haben. Ich kauf den jetzt einfach, geht ja nicht anders. Und somit haben wir noch 2.019 Euro. Ja, das ist, ich glaube, der geringste Kontostand, den wir jemals hatten. Aber das nützt ja nichts. Die Tiere müssen versorgt werden. Und das auch. Und der soll das aus dem Hof-Silo 2 entnehmen. Äh, Quatsch. Hof-Silo 2. Links ist 1, rechts ist 2. Und dann soll der alle Ställe füttern. Dann müssen wir jetzt ein wenig Klickarbeit leisten hier. Hier wäre es auch toll, wenn man einfach die Möglichkeit hat, oder hätte, dass man sagt, alle Ställe auswählen. Oder alle, ja, 7, 8, 8, okay, sind plus 8, plus 8, 0 bis 8, ja klar, sind 9, 0 bis 8, sind 9. Gut. Ja, genau, wenn man die Möglichkeit halt hätte, dass man sagt, der Helfer, der soll jetzt alle füttern. Zur selben Zeit wäre natürlich Quatsch. Ich entscheide mich jetzt einfach dafür, dass das früh um 9 gleich geschehen soll. Das Gespann wollen wir nach der Aktion behalten. Dann drücken wir jetzt auf Speichern. Und machen mal einen kleinen Zeitsprung. 12 Stunden wäre es 12, also müssen wir 15, 18 Stunden vorspulen. Bevor wir das machen, gehen wir nochmal in den Stall. Schauen uns den Füllstand an. Ist natürlich jetzt gerade wieder alles voll. Also spulen wir ein Tag, nee, zwei Tage und 18 Stunden vor. Und schauen mal, wie sich das Ganze hier entwickelt. Ob unsere Bullen jetzt gleich einfach einen mächtigen Kohldampf haben. Oder, ja, entnommen wurde was. Jetzt schauen wir mal hier ins Menü. BGA-Aufgabe fertig und vierte Aufgabe fertig. Das ist im Prinzip die Bestätigung, dass hier was geschehen ist. Und wo auch was geschehen ist, ist das Geld. Hier ist es mehr geworden. Zahltag für zwei angestellt. Das kann ich zwar jetzt nicht ganz nachvollziehen. Wird der standardmäßig für die, sag schon, für den Monat bezahlt. Und nochmal für die Aufgabe. Das wäre natürlich heftig. Da können wir nochmal ins Menü schauen. Da müsste jetzt theoretisch irgendwo noch ein Plus auftauchen. Denn wir haben ja gerade um die 1700 Euro verdient. Aber wir schauen einfach mal weiter. Da muss ich jetzt tatsächlich, ehrlich gesagt, nochmal etwas drüber nachdenken, wie sich das hier verhält. Wir haben hier noch 52.300 Liter drin. Da spulen wir einfach mal die 18 Stunden können wir rausnehmen. Machen wir mal sechs Tage. Da haben wir dann insgesamt acht Tage gespult. Und schauen, wie sich das hier entwickelt. Also wir hatten 52.300 irgendwas Liter drin. Jetzt sind es noch 45.000. Und die BGA-Aufgabe funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Und die Bullen, ich mache mal hier den Flugmodus rein, werden aufversorgt. Genau, das passt auch. Man könnte wahrscheinlich die Aufgabe, die Fütteraufgabe, noch länger rauszögern. Dass man nicht alle zwei Tage, sondern wahrscheinlich sogar alle vier Tage nur füttert. BGA-Bunker ist leer. Der ist leer, weil der Typ ja erst 15 Uhr wieder füttern, also die BGA-Anlage füttern wird. Das können wir auch einfach mal mehr oder weniger simulieren. Das spulen wir jetzt mal. Ne, das machen wir anders. Das finde ich fast gemütlicher hier. Spulen wir einfach mal sechs Stunden vor. Und da müsst ihr dann, genau, habt ihr gerade schon gesehen vielleicht, dass der Bunker voll war und schon wieder leer wurde. Und wir sehen aber auch hier, wir haben schon, wenn dann die Auszahlung ist, 25.300 Euro. Genau, hier, der Vollstand ist voll. 25.300 Euro werden wir hier wahrscheinlich aus dieser ganzen Aktion rausbekommen, was ich wirklich gut finde. Somit lohnt sich das auf jeden Fall, einen Helfer für diese Aufgabe einzustellen. Wir gucken noch mal in Tankhändler. Tankhändler und zwar BGA-Gärreste-Pumpe. Da haben wir dann im Prinzip auch schon 126.000 Liter drin. Und in dem Silo 3, wo es entnommen wird, sind es noch 1,4 Millionen Liter. Das waren ja vorhin noch bedeutend mehr. 1,9 haben wir, glaube ich, begonnen. Also ist hier schon einiges raus. Aber wir haben jetzt sechs Tage gespult und haben ungefähr schon 25% von der Gärreste-Pumpe gefüllt. Also ein Viertel, nicht 25%, ein Viertel. Das heißt im Prinzip, wir haben jetzt acht Tage. Nach maximal einem Monat muss hier irgendwas geschehen, denke ich. Müsste man mal beobachten, wie sich das dann weiterentwickelt, wenn der Gärreste-Tank voll ist. Wie wir da weitermachen. Das ist ja im Prinzip dann wieder eine Einkaufsstelle. Sprich, wir verdienen mit der Biogasanlage durch das Füttern, verdienen wir Geld. Wenn wir aber die Gärreste entnehmen, müssen wir wieder Geld abfüllen. Kaufen das im Prinzip, unser eigenes Zeug, wieder. Da müssen wir dann mal schauen, wie sich das eben in einem knappen Monat hier entwickelt. Aber alles funktioniert so, wie es soll. Man sieht hier auch, der Haufen, der verändert sich ein wenig. Die Rampe war etwas steiler und auf jeden Fall auch weiter vor. Was wir einfach machen, wir machen jetzt nochmal einen kleinen Zeitsprung von, halt, bevor wir das machen, schauen wir natürlich nochmal ins Tiermenü, halt, ins Tiermenü, in den Bestand. Nach dem Gewicht. Und dann haben wir hier den Siegwert, den haben wir mit 265 Kilogramm ins Rennen geschickt und der hat jetzt 273 Kilogramm. Hat also schon 8 Kilo in den 8 Tagen zugenommen. Und der Rico ging mit 483 Kilo ins Rennen und wiegt jetzt 505, das sind es dann schon 22 Kilo. Also auch schon bedeutend mehr Gewicht zugenommen. Jetzt müsste man mal noch vergleichen, wie hier die Gesundheitswerte sind bei den beiden. Ja, der hatte zum Beispiel bloß 96% Gesundheit und der Rico 99. Der Rico ist 2 Jahre 10 Monate und der Siegwert erst 8 Monate. Steht allerdings auch nur auf der Weide, sehe ich gerade. Kann man halt jetzt auch schön sehen, die Weidetiere kosten im Prinzip kein Geld. Die muss man nicht separat füttern. Wachsen aber in derselben Zeit quasi nur ein Drittel von der Menge wie einer, der das Kraftfutter bekommt. Wir werden das einfach mal weiter beobachten. Und zwar machen wir jetzt nochmal eins. Machen wir sieben Tage weiter nach vorn. Hintergrund der ganzen Sache, warum ich das jetzt hier auch mache, ist, wir brauchen natürlich irgendwelche Gärreste, die wir auf die Wiesen klatschen können. Was dann die nächste Aufgabe sein wird. Hier haben wir im Prinzip wieder knapp 200.000 Liter verloren. Und der Haufen verändert sich auch immer mehr, bin ich der Meinung. Und da gucken wir mal noch hier in das Silo rein. Genau, das Gärreste-Lager kann man auch sehen, das steigt immer mehr. Wir haben gut 38.000 Euro akkumuliertes Einkommen. Methangasproduktionen sind 34,4 Liter. Das sind auch immer mehr, ich glaube vorhin waren es um die 22. Gucken wir mal nochmal unsere Schlingels an hier. Und ihr seht, hier ist jetzt die Kategorie noch dazwischen geswitcht sozusagen. Jetzt haben wir bloß noch vier, die zwischen 200 und 300 Kilo wiegen. Siegbert wiegt jetzt 276 Kilogramm. Das heißt vom Startgewicht sind es 19, ja 19, 21 Kilo. Ne, ja 21 Kilo. Und der Reko wiegt jetzt mittlerweile 516 Kilo. Er hat also im Prinzip 33 Kilo zugenommen. Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Das nähert sich also doch irgendwie. Die Biogasanlage schauen wir nochmal schnell rein. Das sind jetzt schon 30%. Also nach knapp zweieinhalb Wochen haben wir hier schon 30% des Füllstandes erreicht. Was wir jetzt noch machen ist, uns mal die Felder im Überblick anzusehen. Das sieht ja auf jeden Fall gut aus. Das ist das Feld 3. Und da ist Sommergerste drauf. Und die ist auf jeden Fall gut in Werten. Also hier bei dem müssen wir nichts machen. Bei Feld 4 ist es auch okay. Haben wir ja alles mit Unterbodendüngung gemacht. Schauen wir uns unser Gerstefeld an. Vom letzten Livestream. Und hier sehen wir, das braucht auf jeden Fall etwas Zuwendung. und genauso auch unsere Wiese, die daneben liegt. Und eigentlich wahrscheinlich alle anderen auch. Genau, das sieht richtig schlecht aus. Da müssen wir auf jeden Fall mal ran, um eben für eine gewisse Grundversorgung zu sorgen. Das ist im Prinzip eine kleine Nebenaufgabe, die man auch erfüllen muss, die man im Auge behalten sollte, wenn man, wie ich jetzt hier, die Zeit voranspult, dass man ab und an mal zu seinen Feldern schaut und prüft, wie es denn geht. Denn wenn ich jetzt meinetwegen 120 Tage nach Aussaat vorspule, um eben zeitnah an die Ernte ranzukommen, dann kann es sein, dass im Moment ist es ja, muss ich noch einen Zwischensatz einfügen, im Moment ist es ja so, dass man damit nur das Wachstum beschleunigt, indem man die Felder düngt. Später wird es ja wahrscheinlich dann auch so sein, dass dann der Ertrag sich ändern wird. Und da muss man dann schon schauen, wie man es am besten anstellt. Aber man muss es halt auf jeden Fall auch im Auge behalten. Das Geld passt jetzt erst mal soweit. Wir haben keine laufenden Ausgaben in der Zeit gehabt. Und ja, ich warte schon irgendwie sehnsüchtig auf die Auszahlung von der Biogasanlage. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Und mein Plan ist es jetzt, für die nächste Zeit erst mal das Stapelgüllefass zu mieten. Und die Gärreste werde ich ausbringen. Werde ich dann nochmal schauen, mit meiner Excel-Rechentabelle hier, wie viel wir da ausbringen müssen. Das ist einen ordentlichen Wertgerät. Und ich will auf jeden Fall so viel Geld akquirieren, dass ich mir dann wahrscheinlich doch das Stapel kaufen werde. Das Gras hier, das können wir nochmal ansehen. Das ist im Bbch 21 Wachstumsstufe. Das passt also auch ganz gut. Sodass wir hier nicht unbedingt in Stress geraten, um das gleich wieder ernten zu müssen. Da können wir hier auch ganz anständig mit dem Fass drüberfahren und das versorgen. Und das machen wir dann in den nächsten Folgen. Was ich gerade noch gesehen habe, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte, ich hatte es in einem Video gesagt, dass ich das noch ansehen muss. Das werden wir also noch nachholen. Da werden wir wahrscheinlich auch Mais, den wir jetzt noch auf keinem Feld haben. Das ist natürlich doof, dass ich hier vier Bullen habe und kein Mais. Genau, werden wir wahrscheinlich Mais ansehen. Da werde ich mir dann zu der Aktion das entsprechende Anbaugerät mieten. Wo war es denn? Gab es denn nicht? Hier ist es doch. Genau, die Lemkin Azurit, die werde ich mir dann mieten. Vermutlich sogar in sechs Meter Arbeitsbreite, einfach um schlagkräftiger zu sein. Aber das dann in den nächsten Videos. Zu tun haben wir auf jeden Fall genügend. Ich danke euch fürs Zusehen. Wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, was man anders machen könnte, dann schreibt es gerne in die Kommentare oder bisher Fragen immer rein damit. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen freuen. Wer noch kein Abonnent ist, kann natürlich auch gerne mal auf Abonnieren klicken und die Glocke aktivieren. Und wir sehen uns somit im nächsten Video oder Livestream wieder. Und bis dahin, macht's gut und tschüss.